Superschöne Drei-Zimmer-Wohnung, saniert Wohnung mit Laminat ausgestattet, Wohnung mit Südbalkon, großes Dielenbereich und Gatterobenbereich da hinten, Wohnung sehr sehr hell. Da ist gerade der Obenbereich, jetzt gehen wir erstmal ins erste Zimmer, ins größere Schlafzimmer, zum Innenhof gelegen, sehr ruhig, aber bei mir als 10 Grad wollte ich heute nicht das Fenster aufmachen. Das muss ja nicht sein. Ruhiger Innenhof. Blick ins große Schlafzimmer, fensterseitig. Jetzt gehen wir wieder durch, ins traumhaft schöne große Wohnzimmer, südseitig, wie man sieht, mit Südbalkon, Durchgang zur Küche. Küche. Einfach ein Lohntraum, wenn die Sonne scheint, aber ja auch minus 10 Grad draußen, das ist ganz schön frisch. Das Ding haben wir auf die Fenster zu, aber das bringt da nichts. Zweifelzug nach Sanierung, in der Küche natürlich auch schön die Sonne drin, mit Gasherd, Spüle. Blick hinsterseitig in die Wohnküche, halts durchreichend natürlich das Fenster zum Balkon, südseitig in die, oder das Wohnzimmer, ich wollte sagen das dritte Zimmer, von der Küche ausgesehen. Blick von der Balkontür, das große Zimmer, geht auf den Balkon, muss die Brüstung noch gemacht werden, aber wenn mir das 10 Grad, ist es halt auch für die Handwerker nicht ganz so einfach, da Beton anzurühren, das macht ja auch nicht viel Sinn. Dann hoffen wir mal, dass es noch mal ein bisschen wärmer wird, so dass Sie jetzt schnellstens den Balkon machen können. So, fehlt jetzt eine kleine Zimmer noch. Zweite Schlafzimmer zum Innenhof, sehr ruhig. Gehen etwas kleiner, aber eben nur ein Schlafzimmer oder Gästezimmer. Blick fensterseitig. Jetzt wird das Wannenbad noch, windigend, aber mit schöner Abluft. Schöne Wanne, Vorhänge-WC und Handwaschbecken, zentrale Barmwasserversorgung, rechts hier der Handwerkskörper. Dann sind wir durch die Heizimmerbundung. Zweier Räte tauglich auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.